Hey, ho Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Herr Ringel, Krieg im Norden, mit der Daumas, mit Daumas und der Hecatees. Ja, wo? Hey, guck mal, da kommt einer. Ach, das ist der, unser, neuer, neuer. Unser, Louis. Ja, er ist ein Landreifen. Gib ihm aufs Maul! Wohin, der ist jetzt nicht hin und her? Ich dachte, er geht mit uns. Ja, ich dachte so. Ja, lol, hast du halt auch Weimar kaputt gemacht? Na ja, fast. Ach, da ist einer. Geil. Oh, da ist wer, Moment. Aber erst. Nö, nö, ich mach das schon. Oh, da kommt ein kleiner. Wohl, Läuflein, Handschuhe, ah. Ich hab dem, den Kopf weggeballert. Oh. Alter, wie gesagt, schnell weg, Ende. Alter, ich will, kann ich, kann ich jetzt, kann ich jetzt schon da angreifen, was freuen. Kommt es mir auf jeden Fall so vor. Was mit dem los? Was macht der? Keine Ahnung, der eine Backer in der Wand. Ich mach da mal so eine Ruhe drin. Ja, Mann. Ey, hör auf. Nicht so. Du hast keinen Kopf weg. Äh, da oben sind Sniper. Ich hol den mal weg, ne? Mann, wo schießen die Achtern da ganz oben, hm? Bam, Headshot. Ah, die Leute mit dem riesen Schwert, an dem wir nicht liegen. Ja. Kann ich dem nicht mal den Arm ab, äh, den Arm bekauen, den er, das Schwert braucht? Das war jemand. Ja. Ne, wahrscheinlich nicht. Das wäre ja umgekehrt. Könnte ja nicht gut sein. Ey. Geh weg. Ui. Welche Pfeiler? Komm, da kommen Pfeiler. Ich hab da schon weggemacht. Ach doch, da oben ist ein neuer. Neu, die haben die Dings schon kaputt geworden. Was denn? Die Kugel von der. Boah. Ich mach den Sniper da oben weg. Ah. Scheiße. Boah, jetzt hab ich den Fall nicht getroffen. Die Scheiße. Die Fotzen. Du wolltest Snipern da oben, ne? Jetzt gibst du auch. Wie kann ein kopfloser Snipern? Kann mir das mal einer erklären? Also nicht, da schießt einfach irgendwo hin, auf gut Glück. Leute, warum seh ich die Augen bei dem noch, obwohl er keinen Kopf hat? Wer ist tot? Wer ist tot? Ne, hopp, come on. Ah, geht doch. Endlich. Ja, kein Problem. Ich muss die Kissen noch leeren. So. Ähm. Was hab ich da gekriegt? Schön, dass du auch endlich zu uns hoch rennst. Ähm, ich hab was für dich gefunden. Okay. Gib's den mal rüber. Okay. Kriegsstock. Kriegsstock, halt. Kriegsstock, echt? Kriegsstock. Schlag mit dem Schlock. Äh, Schlock. Warte, warte. Ne, das ist nicht der Stock. Ich bin kein Lehrmeister. Warte, warte. Da stand Meister nur. Du bist nur. Ich bin nicht nur. Nur. Oh, schau mal, das ist eine schlechte Übersetzung. Für Only. Das ist einfach in der falschen Reihenfolge. Ich bin nur. Du bist auch so ein Nur. Moment. Diesmal in dem richtigen Leben. Der da. Oh mein Gott. Oh, warte. Du bist nur. Du bist auch so nur. Kumpel von mir heißt nur. Wären wir wieder bei dem Thema mit Schwarzen. Aber ne. Ne, der ist korrekt. Aha. Ich weiß. Das klingt so, als wäre ein schwarzes Bracketsbild. Nicht korrekt. Nur der ist korrekt. Ei, ei, ei. Ich rette mich da gerade wieder in was rein. Ich habe Krummschwert des Mörders bekommen. Ist es besser als mein Mörderschwer... Äh, mein Plündererschwer? Ne. Krummschwert des Plünders ist besser als das des Mörders. Ich dachte, der hilft uns beim Feigen. Aber ne, der chillt schon ganz geschickt. Ne, der demaschiss kommt dann zurück, wenn der Gegner sieht. Und sagt, hier, mach mal. Ja. Wunderwitz. Undankbares Schwein. Oh. Oh, was kommt hier? Ah, das ist neu. Warum habe ich hier den Axt? Oh. Äh. Es war... Naja. Boah, der ist besessen. Sie sieht genauso aus wie der andere. Ich glaube, der ist besessen, Hecatee. Vielleicht. Ist das ein Hexenkönig? Das müsste ein Hexenkönig sein. Ich weiß nicht. Ich kann... Hauptmann. Okay, ich kann dem kein Damage machen. Falkläufer, hört mir zu! Der Grabunheul kontrolliert ihn! Verteidigt euch! Ihr müsst ihn niederstreiken! Ich weiß nicht, auf was ich schießen soll. Ich kann... Nix gekriegt damit. Ich will erstmal hier herum kämpfen. Oh, guck, er kämpft mit Hecatee. Wer ist... Ach, der! Ja. Da ist so was anderes erwartet als wirklich. Jetzt muss ich denken, dass der uns... Kann ich mal dahin gehen? Wohin will ich eigentlich? Mal dahin. Okay. Ich kann nicht so dahin gehen. Aber ich mach mal ein paar Krügel kaputt. Ich brauche Pfeile, ob ich den kann. So. Mal gucken, was bei dir geht. Guck mal, was bei dir geht. Guck mal, was bei dir geht. Guck mal, was bei dir geht. Aber du kannst ja die Krügel noch kaputt machen. Ja. Das ist viel wichtiger. Das macht der. Wieso hat der Leben verloren? Hast du den angegriffen? Nein. Deswegen solche Säulen... Die töten... Die machen mir grad eh Schaden über irgendetwas. Mach gerade die Säulen. Nur die Krügel kaputt. Ach, Dingens hier! Guck mal. Der hier. Das ist... Power, Leute. Das war echt schon. Das war echt schon. Hallo, ich... Ach, die Taste. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt kommen wieder wahrscheinlich die normale. Ja, klein. Ich brauche Pfeile. Jetzt bin ich eigentlich nochmal auf... LOL. Ich glaube, man hätte sich in den Säulen verstecken sollen. Oh. Oh. Muss ich das immer noch machen. Aua. Ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Ich komme auch nicht weg. Okay, ich habe es geschafft. Für einmal. Oh, jetzt kommen wieder Viecher. Hab ich so gesehen. Oh, einfach. Oh, aufs Maul, Junge. So. Drüben gibt's noch, äh, was zum Plündern. Komm her. Boah. Könntest du die grad zum Brennen? Ah! Ich bin tot. Äh, warte. Ich, äh, werde dich überlegen. Wenn nicht könnt, ach ne Siebeleife blick. Ja. Irgendwun noch. Oh, oh. Gib alles? Ich auch. Ich versteck mich schon mal. Kommt da ne Welle? Ja, ich auch. Nee, er kommt wieder. Okay, dann kommen danach wahrscheinlich wieder wieder hin. Schau dir mal n' Crit rein. Ah! Der sich nicht bewegt. Ah, okay. Äh, ich kann den mal betäuben, warte. Er ist betäubt. Jetzt, hau! Ah, fuck. Oh, verstecken. Okay, jetzt verstecken. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Macht das jetzt nicht mehr? Doch. Lol. Boah, ist sie zu blöd. Ui! Ja, eine Säule da ist aber weg. Ja, es werden weniger. Nee, aber die schützt immer noch. Die ist mehr kleiner geworden. Okay. Ja, jetzt geht's wieder mit Eds los. Mit den Kleinen. Ui! Aber ich glaube nachher müssen wir noch gegen den grossen Kämpfer, nicht mehr gegen die Puppen. Mal schauen, was der da macht. Ja. Aufs Maul hauen. Was sagst du, Titel Boss Time. Tch. Wenn wir ihn im vierten Mal, glaube ich. Die heutige Folge, die heute rausgekommen ist, hieß eh irgendwie so. Okay. Irgendwas haben wir denn da gekämpft. Ah, jetzt kommt er wieder. Tazok. Der Scherge von Agen. Du... So, ich hab... Ey, er hat jetzt halt nicht drauf gelaufen. Hau. Auf mich zu hauen. Ich hab gesagt, da hau auf mich zu hauen. Gebt hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Feilen schrauben. Fort, Herr von... Was? Carrying? Carrying? Das war ja einfach... Das ist jetzt schon weg. Da liegt ganz viel Stuff herum. Gib, gib, gib. Ich hab das Schwert. Kommen wir jetzt irgendwie genau durch. Ja, ja. Mit einem Seufzen. Oh, so hab ich das jetzt nicht erwartet. Aber das würde mich nur an... Dies hier erinnern. Ah, okay, gut. Ja, gut. Ist eh mein Geld und so. Was ist denn das? Ich hab viel durchgemacht. Vielleicht solltest du mit uns nach Bruchthalm. Oder wir bringen dich nach Bremen. Es ist nicht weit. Nein, meine Kraft kommt schon wieder zurück. Bald bin ich wieder der Alte. Dann trage ich Kilaran fort von diesen verfluchten Gräbern. Er sollte mit seinen Brüdern, die an der Samfurt gefallen sind, beerdigt werden. Das ist ein Edelaufgang. Ich hoffe, er wird... Leben! Hauptsache, aus deinem Hahn kam jetzt Feuer. So, tschüss. Oh, erstmal gucken, was ich da Neues bekommen hab. Drüben liegt... Drüben liegt Sachen. Äh, ich hab was für dich bekommen. Eine neue Armbrust. Cool. Wie viel Damage hat die? Keine Ahnung, kann selber gucken. Sonst hab ich nichts bekommen. Ein bisschen verarschen. Wie besser? Äh, Moment. Ey, da hinten liegt noch Geld herum. Lass das nicht so rumliegen. Äh, lol. Oder? Ne. Ich brauch dafür zwar mehr Geschicklichkeit, aber es macht trotzdem weniger Schaden. Ist auch geil. Achso. Okay. Ich brauch das Mann hier hinten noch. Zwei Ausdauer plus neun Schaden hab ich ein Amulett. Brauch mal 17 Wild dafür. Ich hab auch noch ein Amulett, das bringt dir. Ähm, zwei Geschicklichkeit und, äh, Erfahrungsbonus auch noch 2%. Chance auf Gesundheitskugel plus 7%. Ist das jetzt so wie ein Diablo 3, oder? Ist das jetzt so wie ein Diablo 3, oder? Ist das so neiges so wie eine Google? Über die man dann drüber laufen muss. Aber ich hätte nicht schon gelootet. Wobei das Spiel auch, glaub ich, voll Diablo 3 rauskam. Stimmt. Äh, Kraftregeneration. Hast du Diablo 3? Ja. Ich hab, äh, Inferne aber nicht durchgespielt. Und jetzt die Schwierigkeitsgrad. Oh, äh, um zu langsam aneinander drauf auf und ich stecke ich. Ich schaue gerade ein paar Items sind zu tun. Ins Gesicht? Ja, verbraucht seine Pfeile und dann so ich hab keine Pfeile. Ich hab 60 Typen, äh. Nein, 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 ok. Und dann soll's die, um deine Lergen aufziehen. Einmittel können so jetzt dritte von fünf und sechs aktiviert werden, wo ist das auch mein Kontroll? ich wette 5 und 6 nicht wegen wie chaos ich kenne aber das aus dem filmen wie ist der meister und vorzustellen ein sehr tapferen zwerg in der tat es ist eine ehre jemand so mutig ist in meinem haus willkommen zu heißen und eine gefährten ebenfalls ich bin dir für deine taten in faunas dankbar wenn agandas streitkräfte sich der jagd angeschlossen hätten hätten ich und meine schützlinge ist wohl kaum wohlbehalten hierher geschafft das war jetzt nicht so gut ja ich bin elrond der halb herr des zufluchts orts im ladriss oder bruchtal wie du es kennst helden passt nicht zu der tussle die wir haben sowohl meiner zeuge ehrendiel als auch meine mutter elving waren nachkommen der edain der edelsten menschen von einst sie und ihre nachfahren werden peredil genannt was halb elben bedeutet seid ihr also sterblich wie andere menschen jeder peredil kann sich entscheiden ob er ein sterblicher werden möchte oder das leben der es kürzes fenster schließen vor langer zeit entschied ich mich für das elben meine eigenen kinder werden sich ebenfalls entscheiden müssen geil und schild aus ob man ewig leben will oder nicht ich gebe zu ich bin überrascht dass ein zwerg in den hallen eines herrn der elben so warm empfangen werden kann zwischen unseren völkern gab es in der vergangenheit konflikte aber du gehörst zum getreuen volk der durins linie mehr als oft sind dein und mein volk verbündete und freunde gewesen ich bin froh dass du hier in einem stück angekommen bist doch weiß ich immer noch nicht warum deine mission so dringend war ich denke es ist an der zeit unseren neuen folgen kennen wir auch wer ist das in der tat wo auch immer es ärger und zwietracht gibt und der feind sich regt da wird man kann bald den grauen antreffen kannst du erklären was passiert ist kann ich würde gerne erfahren warum der feind die nasgul ins auenland gesandt hat ihr habt eine solche erklärung mehr als verdient sagt mir was wisst ihr über ist sie durch das ist ein anderer name für den ring der macht ganz recht der ring der macht der eine der eine nachdem er über jahrhunderte verloren und beinahe vergessen war wurde saurons ring jetzt wieder gefunden willst du damit sagen dass der hobbit den aragon gerettet hat in den besitz des rings des dunklen herrschers gekommen ist war was für ein glück dass wir es geschafft haben ihn sicher hierher zu bringen das wird aus ihnen es gibt keinen sicheren verwahrungsort für den ring nicht einmal hier in im ladris er stellt eine gefahr für alle in seiner nähe da uns bleibt keine wahl der ring muss zerstört werden um das zu tun muss der ring in dieselben flammen geworfen werden aus denen er entstand in das feuer des schicksalsbergs im lande mordor der hobbit frodo beutlin hat sich bereit erklärt ihn dorthin zu bringen du gedenkst sicher nicht ihn dort alleine hinzuschicken nein sicher nicht eine gruppe von neuen gefährten wird mit ihm gehen neun läufer um saurons neuen schwarzen reitern entgegen zu treten unter diesen gefährten werden repräsentanten aller freien völker dieser welt sein elben zwerge und menschen wir wollen auch so genau an dieser stelle fragt sich eigentlich jeder der den film gesehen hat warum sind sie nicht einfach mit diesen greifen dorthin geflogen haben im ring reingeworfen und werde weg geflogen nee warum auch so einfach also in in game hätte ich mit einem am fram behalten weil da gibt es sicher geiles tats wir müssen so viel wie möglich über ihre vorhaben in erfahrung bringen bevor die gemeinschaft aufgrund schafter werden in alle himmels richtung ausgeschickt um die gegend im bruchtal abzusuchen deine hilfe dabei würde unserer sache einen großen dienst erweisen also gut wo sollen wir beginnen da ist unsere größte sorgen auch wenn die nasgul mächtige feinde sind ihre mission hier im norden ist mehr als klar was agandar plant und wohin er gegangen ist nachdem er vor euch floh das können wir nur raten ich vermute er plant uns hier anzugreifen saurons hass auf die elben brennt sehr tief und er vergisst nicht welche rolle wir bei seiner niederlage im krieg des letzten bündnisses spielten wenn er feldstärke sucht findet er sie womöglich in den ettenöden ihr kennt jene gegend besser als ich was könnt ihr mir von den ettenöden erzählen die ettenöden sind ein ausläufer des nebelgebirges und liegen direkt nördlich von bruchtal es ist eine unwirtliche und sehr felsige gegend die heimat vieler trolle und riesen ich selbst war erst vor einigen tagen in den ettenöden ich sah dort keine spur von agandars anwesenheit aber ich sah auch keine trolle diese tatsache allein schon ist beunruhigend es könnte sein dass sie ihre kräfte irgendwo im ödland zusammenziehen wenn das so ist dann wollen wir uns von denen nicht überraschen lassen wir machen uns auf den weg in die ettenöden und sehen was wir herausfinden können nachdem was ich von aragorn und elrond söhnen über euch hörte habe ich nichts geringeres erwartet dennoch ihr hattet einen langen weg und schwere kämpfe hinter euch zu bringen um bis hierher zu kommen nehmt euch alle zeit die ihr braucht um zu ruhen und wieder zu kräften zu kommen die ettenöden sind ein gefährlicher ort für die unvorbereiteten die gastfreundschaft meines hauses ist dir sicher solange du es wünschst okidoki so vertrauenswürdig ist ein vertrauenswürdig gräber höhen lass ihn ausrauben der kult des lieglosen auges spricht mit elrond über die geheimnisvolle schriftrolle ok er hat hier oben ein fettes schwert liegen hat es zerbrochen war schon oft habe ich in der vergangenheit deinesgleichen in meinem russ willkommen geheißen die verbindung zwischen unseren völkern war bisweilen angespannt doch sie riss nie ab immer wieder habe ich durins volk mein vertrauen geschenkt und nie ist es missbraucht worden du wirst hier in imladris immer willkommen sein mein freund doch ich bin sicher du bist nicht nur hergekommen um nettigkeiten auszutauschen das ist nicht zwergenart hast du fragen an mich ich habe diese schriftrolle in vorlust gefunden ich glaube ihr solltet vielleicht mal einen blick darauf werfen eine kluge entscheidung es ist in der schwarzen sprache von mordor geschrieben einer sprache die ich hier nicht äußern werde es ist dazu da den leser im umgang mit schwarzer magie zu unterweisen wir sahen uns im vorlust orcs gegenüber die zaubersprüche gegen uns einsetzen dann ist es anscheinend schon verwendet worden das sind grausige nachrichten der dunkle herrscher ist ein meister der nekromantie und anderer schändlicher hexenkünste er hat den menschen in der vergangenheit schon diese abscheulichkeiten gelehrt aber noch nie meines wissens nach den orcs das hätte uns gerade noch gefehlt dass der dunkle herrscher seinem arsenal noch eine weitere waffe hinzufügt wie können wir verhindern dass dieses übel sich vermeidet ich werde diese schriftrolle zumindest zerstören aber warte hier entdecke ich noch mehr hör dir an was hier geschrieben steht zu papier gebracht von agandars hand dem jünger des großen herrn sauron zur ermächtigung seines dieners wolfron und jener anderer seiner getreuen die sich als würdig erweisen ich werde nicht weiter von dieser blasphemie sprechen aber hier steht dass diese schriftrolle eins von sieben solcher werke ist es gibt also noch sechs weitere dieser verfluchten dinge vielleicht können wir sie alle finden das wäre ein großer dienst für unsere sache solltest du sie alle finden bringe sie zu mir und ich sorge dafür dass sie zerstört werden ihr könnt euch darauf verlassen in der zwischenzeit nimm dies bitte an zum dank dass du mich auf diese angelegenheit aufmerksam gemacht hast vielleicht wird es dir auf deinen reisen gute dienste erweisen ab da lebt wohl fürs erste okay ähm ich äh der macht mir eine neue waffe aus den gegenständen die wir gefunden haben gerade mhm wer wo hier unten bei mir da hab ich ein neues schwert bekommen hammer geil ja wir müssen jetzt äh diese schriftrollen die wir gefunden haben die schwarzen magie dinger äh ist eine von sieben die jahren sechs und der will die halt zerstören und wir sollen die jahren sechs auch finden selbst in fremder umgängung kannst du darauf vertrauen wir haben doch gerade ein schwer gemacht wo ich denn fliehen sei willkommen wie kommt es dass ein elf aus nachrichten verbreiten sich geschwind in diesem haushalt ich nehme an jeder ein im ladriss hat inzwischen von deinen helden taten gehört so benötige reparaturen wie macht er hä sie haben die belohnung deiner wahl erhalten die belohnung von elrond was ich hab doch doch gerade materialen von den schwarzen gegeben schau mal beim inventar aber nicht hier bei items also nicht bei rüstung sondern bei den ganzen items mein inventar ist eine box äh was hatte ich da nachher wir gehen da nutzen bei konsum gesundheit mal zwei beide deine belohnung elixier kraftverbrauch von fähigkeiten wird um 80 prozent reduziert in der meinte sans schüssen getroffene feinde werden betäubt feinde die den spieler treffen sind verletzt entspricht 30 prozent des spieler schadens moment ich habe ein neues schwert das ist doch ich weiß was das geile ist ich kann das schwert nicht mal benutzen was nehme ich denn ich glaube ich nehme den da so was habe ich hier ich habe so ein starkes schwert jetzt aber ich brauche stärke stufe 8 warum habe ich hier die wahl für etwas was nur ein lehrmeister tragen kann also auch so ein op teil bekommen oh ja ja ich auch aber ich muss zuerst stärke stufe 18 haben das ist ein bisschen scheiß was habe ich die sie aber man ist ein hand das ist ein ja bei mir auch reden das krasse als selbe wie ich bekommen habe an mir ist so sie ist es angestellt angestellt ja auch 300 prozent weniger abnutzung sechste fäußer und geh hier weg habe ich auch so muss noch kurz reparieren ja halt das maul ich will reparieren was gibt es sonst noch zu erkunden kann man hier nur noch was kaufen äh puh keine Ahnung ob ich bezahlen ist mir der Zeitpunkt für den Cut nein okay doch nein 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 okay ähm bis nächstes Mal Leute und vielen Dank für's zu sehen und ciao Bieti